Mehrere tausend Menschen haben in Kiew für den Rücktritt des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko demonstriert. Angeführt wurde der Protest von Georgiens Ex-Staatschef Mikhail Saakashvili. Er war 2015 auf Einladung der Regierung Poroschenkos in die Ukraine gekommen. Der einst enge vertraute Poroschenkos ist nun einer seiner größten Gegner und wirft ihm vor, die Antikorruptionsarbeiten der Ukraine zu verhindern. Saakashvili selbst wurde erst am vergangenen Montag nach einer vorläufigen Festnahme freigelassen. Nach örtlichen Medien nahm bis zu 10.000 Menschen an der Demonstration teil. Behörden schätzen nur etwa 2.000 Teilnehmer. Gesichert wurde der Marsch von rund 1.000 Polizisten.